Hallo an alle und herzlich willkommen bei uns in unserem Online-Deutschen-Unterricht. Ich bin Sorgan, eine Freundin von Ihnen und Ihre Lehrerin. Heute wollen wir zusammen über diesen Wegbeschreibungen mehr sprechen. Aber es gibt einen Unterschied. Wir wollen diesen Gespräch zusammen üben. Dann bleiben Sie bitte auf jeden Fall bei uns. Hallo an alle und herzlich willkommen bei einem anderen-Deutschen-Unterricht. Und wie ihr wisst, wir haben die ganzen Befürchtung-Unterricht. Und wenn ihr sie in den Kommentaren, dann in die Kommentare. Verkwarten Sie haben noch einen Kommentar-Unterricht. Kupfer, wir wollen Sie die Autorrent-Einschreiben. Und wir wollen Sie mit einem anderen-Deutschen-Unterricht haben. Und wir wollen Ihnen eine Art-Adress-Unterricht. Aber wir können das Video von Ihnen kommen. Wir kommen zum Bahnhof. Entschuldigung. Wir kommen zum Bahnhof. Ich bin mir überrascht. Ich kann das Video von Ihnen kommen. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht so 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 sagen. dass die die Kutage Kutage von Reichtung der Reichtung Frankfurt Frenkfurt das Frenkfurt ist die 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 der Reichtung Frankfurt Die 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 und die Und dann wird die erste Strasse nachgeschzt. Und dann wird die erste Strasse nachgeschzt. Und dann wird die zweite Strasse nachgeschzt. Die zweite Strasse nachgeschzt. Diese Strasse geht bergab. Was bedeutet bergab? Die zweite Strasse nachgeschzt. Die Strasse geht bergab. Und dann wird die Strasse nachgeschzt. Und dann wird die erste Strasse nachgeschzt. Und dann wird die zweite Strasse nachgeschzt. Die Strasse geht bergab. Und dann wird die zweite Strasse nachgeschzt. Und dann wird die zweite Strasse nachgeschzt. Vielen Dank. Und dann wird die zweite Strasse nachgeschzt. Und dann wird die zweite Strasse nachgeschzt. Und dann wird die zweite Strasse nachgeschzt. Die zweite Strasse nachgeschzt. Und dann wird die zweite Strasse nachgeschzt. Auf der anderen Seite ist der Supermarkt, weil der Sante Rasse schon mal ein Supermarkt ist. Vielen Dank. Wir erheben einen Namen, bitte schön. Nochmal. Entschuldigung, kennen Sie sich hier aus? Nein, tut mir leid. Oder? Ja. Brauchen Sie Hilfe? Ja, ich suche den Supermarkt. Erst gehen Sie die Peterstraße entlang. Dann sehen Sie die Kirche. Gehen Sie an der Kirche vorbei. Und der Linken, Seite ist ein Pack. Und an der Kirchen, Seite ist der Supermarkt. Vielen Dank. Bitte schön. Schau. Aine, ein Mokalmumon bude. Bae man, HM-Rach basen, Daribeid. Bein, ba, Eidame Mokalmumon. Dar, waag, Mokalmumon, Eidame Mokalmumon, Eidame Mokalmumon, Eidame Mokalmumon. Toe inja, 3-tao halet mختلف darin, kje hala doonadunne, mi khuaihme baan biebini. Entschuldigung, wie komme ich zum Hauptbahnhof? Man ham ham heation, Bahnhof, wum easal zade. Da, min saluksan mohon, eisigir, adresas mohon biebinim, či je. Wenli, schuldigung, wo komm ich zum Hauptbahnhof? Toe jüri mitoanm be Iisqaa-Gatar, easlii, margazi baran? Nummer eins. Das ist ganz einfach. Gehen Sie, gerade aus under eine erste Straße rechts. Das ist ganz in der Nähe. Das ist ganz in der Nähe. Das ist ganz einfach. Gehen Sie geradeaus und die erste Straße rechts, dann gehen Sie geradeaus bis zur Kreuzung. Der Hauptbahnhof ist an der Ecke. Danke, bitte. Nummer zwei. Das ist ganz in der Nähe. Sie können 10 Minuten zu Fuß gehen und laufen. Bei der Zinschrechtig. Gehen Sie haben Sie raufeln. Laufen Sie eine Serie jahein. oder die Regionen oder die Regionen, die man zu tun hat, eine Saison-Jahein, eine Saison-Jahein, eine Saison-Jahein, eine Saison-Jahein, eine Saison-Jahein. Das ist das alles. Studium ist das? Ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das. Mit mir ist das, wir haben wir heute mit dem Video. Schönen Sie mir sagen, wie ist es umgathaus kommen? Ich habe ich mir gedacht, wenn ich mich, warum ich bin, warum ich mich noch nicht. Aber ich habe mir gesagt, dass ich meine Meinung nach, dass ich meine Meinung nach, die Frage ist. Ich habe eine Frage, die ich mich überraschend zu tun. Das ist das Problem. Ich habe mich überraschend. Ich habe mich überraschend. Ich habe mir gedacht, dass ich mich überraschend bin. Ich habe mich überraschend. Sie gehen die Eisenbahnstraße entlang. Sie gehen links ab. Sie können hinfücheln. Sie gehen links ab. Sie gehen links ab. Sie gehen links ab. Sie gehen rechts ab. Sie sehen Sie das Quathaus. Sie gehen links ab. Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag! Ebenfalls noch mal schneller. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie ich zum Rathaus komme? Ja, gerne. Das ist ganz einfach. Sie gehen die Eisenbahnstraße entlang. Dann gehen Sie an der Post vorbei und nehmen Sie die zweite Straße rechts bis zur Kreuzung. Dann biegen Sie links ab. Entschuldigen Sie, können Sie gehen Sie rechts ab. Dann sehen Sie das Schadhaus. Vielen Dank. Einen schönen Tag. Ebenfalls. Schöp, Ihnen wurde aus den Bekannten, die wir heute Morgen machen können. Und das war unsere heutigen Zitsung. Heute haben wir zusammen über diesen Weg beschreibungen. Aber es ist sehr schön. Mege Lent. Dann, ja, ich hoffe, dass Sie, alle diese Zitsung, wirklich Sie sind von Ihnen gut sind. Vielen Dank für Sie schauen und bis später. Bis zum nächsten Mal.